Sunflower, Seedburger, I love voice. Sunflower ist ein ganz neues Produkt, er enthält eine Spezialität von Island, frische Sonnenblumenkerne. Die Besitzer von Riesen Island sagten unter Tränen, wir wissen, dass er nicht gut schmeckt, aber probiert ihn doch wenigstens, damit ihr ein Gesprächsthema habt. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich bin wirklich nicht interessiert. Hallo Mutti, Hi Papa, Seed mal her. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Papa, der 30. September war das Sendedatum dieser Mini-Nachrichten.